Hallo Leute, willkommen zu einem neuen Video. Heute spielen wir ein neues Spiel DreamLeague Soccer 2019. Da spielen viele Menschen und ich bin hier in der Karriere. Und jetzt könnt ihr zuerst mein Team anschauen. Ich seh schon Kapitän Aubameyang. Ja, ich hab Worm, Henrichs, Eastwood, Ritz, Tanzer, Murai, Gringenheim, Muld, Wendator, Aubameyang und Grimso. Ich bin Mvavdidi. Mvavdidi. Das ist das Fremdname. Aber ich hab ihn drin. Und jetzt spielen wir eine Runde in der Liga. Ich spiele 5 von 15. Ja. Gegen jeden spiele ich zwei einmal. Und Aubameyang gebe ich immer den Ball. Kann ich ein Tor schießen von Anspiel. Und... Fast... Was? Scott Brown! Was war das für dein unglaubliches Eigentor? Schaut das an! Boom! Und das war von Anspiel, wo ich gemacht habe. Wow! So ein Eigentor! Was? Das hab ich noch nie gesehen im DreamLeague Soccer. Ja, hab ich viel DreamLeague Soccer 2017 und 2018 und 2015 und 2016 anschaue. Habe ich das noch nie gesehen! Upside! Upside! Okay! Hm! Wo sind meine Verteidiger gewesen? Die waren soweit vorne! Good Boy! Der hat ein Eigentor und jetzt ein Tor geschossen! Was ist hier los? Broin! Das sechste Minute Eigentor! Broin! Das sechste Minute Eigentor! Und dann am 21. Minute jetzt macht er das 1 zu 1! Anspiel! Weißt du was? Ich schieße einmal! Oh mein Gott! Was war das? Ben Benderoth! Was war das? Aber egal! Wieso spielen die so schlecht? Sie haben uns raus geschossen und uns einen Eingruf gegeben. Egal ob sie den Ball haben, 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 ob sie den Ball haben. Und keiner war am angreifen auf ihnen. Und die kicken den Ball einfach raus! Upsi! Keine Karte? Was? Okay! Aber egal! Spielen wir halt! Und noch Leute! Es ist 7 Uhr! Es ist 8 Uhr am Morgen! Aber ist mir egal! Weil ich bin alleine zu Hause und ich habe frei! Wird den Balltag! Oh mein Gott! Was für ein Schuss! Vielleicht ist das Phil Jones, wo sie einen Sturm gemacht haben! Sturm! Als eine neue Position! Wird das echt passiert, dass Phil Jones Stürmer wird! Für Manchester United! Das müssen sie sicher nicht zulassen! Woho! Der Ball! Der Ball! Fast den Wurm seinen Kopf getroffen! Wir haben ein Reinlaufen waren! Jetzt kommt wieder die Werbung! Das passiert immer! Das ist sowieso, ich so viele Fails mache! Aber egal! Lassen wir es! Grigoris kommt da rein in Schmittelfeld! Und Wilson für Eastwood! Und das ist alles für jetzt! Und ich habe nur noch einen Auswechsel! Ich habe schon zwei! Ich mache doch nur drei! Im Spiel und im echten Leben! Das spielt jetzt so modern aus! Keine Ahnung, wie sie das machen! Ich bekomme nur den Ball weg, wenn ich eine Grätsche mache! Ich konnte den Ball nicht wegbekommen! John Jones! Ich habe gemeint, das wäre Phil Jones! Nein! Sicher nicht! Ja! Das ist kein Faul! Und er ist so sicher Offside! Und er ist so sicher Offside! Schau, wie weit er aufside ist! Warte! Nein! Etwas aus meiner Stimme gekommen ist! Heinen! Puhi! Puhi! Er weiss doch selber schon dass er aufside ist! Und dann kommt er nach vorne und im Ball! Das ist dumm! Ich spiele auch Ball im FC Lausen. Wir haben gerade im Derby gegen Rossoneri gespielt, in der Schweiz. Und wir haben 4-0 gewonnen im Derby. 4-0. Und ich bin Verteidiger gewesen. Und sie haben 0 Schüsse gehabt. Wir haben 13, so. Keine Ahnung. Aber ich weiß, dass sie keine Schüsse gehabt haben. Oder auch eins. Ein einziger Eckball. Tor. Nein, kein Tor. Eckball, Schuss. Jemand hat ein Fallbrück-Tier-Torschuss geschossen. Und fast ein Tor. Latte getroffen. Wir haben ein Fallbrück-Tier-Tor geschossen. Einer von uns. Der ist Latte. Dann hat der Kopfball weg. Was? Ja, Chris Broyd. Der hat auf einen Spieler geschossen. Und dann ist ein Tor passiert. Und auf. Wir spielen die ganze Saison. Das Spiel 5 von 15. Das Video wird sicher lang. Nein. Das erste Match ist schon 7 Minuten im Spiel. Im Video, meine ich. Hab 5-3-1 verloren. Ich bin noch ein Noob. Ihr wisst es, weil das meine erste Saison ist. Wir sind 9. Mit einem Match gewonnen. Drei Unentschieden. Und das erste, was wir verloren haben. Pakos ist der erste mit 10 Punkten. Was sagst du? Ich bin jeder. 423 Münzen habe ich. Ich kaufe mir einen Spieler, Leute. 68 GS-Spieler. Und ich habe einen neuen Spieler, Leute. Den mache ich sofort ins Team. RM. Er kommt da. Er ist ja noch schnell. Okay, er kommt da. Er hat ein besserer Ballbesitz. Und Piquetta, Piquiti, oder wie er auch immer heißt, macht sein Debut. Um 19.45 Uhr in 20 Grad. Gegen ein Team. Patrick T. Einzige Weg, wie ich den Ball bekommen kann, ist hier. Gretchen. Oh, was machen die? Oh nein! Da bin ich verarscht. Boom. Ich werde den Ball zu Piquetta geben und sehen, wie schnell er ist. Vielleicht so wie Aubameyang. Piquetta kriegt den Ball nicht. Piquetta kann den Ball nicht kriegen. Weil der Ball nicht neben ihm ist. Oh, voll auf den Knie von Wurm. Wurm. Mit dem Fortnite Tanz. Wurm. Und dieses Video ist nach meinem anderen Video. Nach meinem anderen 2. Ich weiß nicht, wie viel. Gerade nach meinem anderen Video, wo ich gemacht habe. in Soccer Royale. Wee! Puh! Zehn Minuten schon. Piquetta mit der Flanke zu Aubameyang! War das das Farbedrücktier war das auf dem Pfosten oder auf der Latte? Oder auf den anderen Pfosten? Das war der Mega-Highlight. Wollen wir die Highlights anschauen? Ich tue Karin Karin reinwechseln. King auch. Rai kommt raus und jemand anders. Raus. Für King. Boom. Oh mein Gott. So wie das Tor von Cristiano Ronaldo für Real Madrid gegen Juventus weil sie 3-0 gewonnen haben in der Champions League. Aber einfach irgendwo anders hin und viel schöner. Genau oben links ist es hin und auf der linken Seite und ein richtiges. Nicht so wie Ronaldo nicht so nach oben guckt sondern auf der Seite. Das wäre eine rote Karte 100 Pro. Ich wollte Pequita ein Debut-Goal geben und jemand hat im Debut ein Megator von Aubameyang gesehen. Pequita. Vorteil? Wo ist mein dritter Verteidiger? Oh. Der ist dort. Was? 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 Hui. Abstoß. Leute, dort mal was. Pfff. Zum Tor war's. Boom. Boom. Der Tor hat's auf den Spieler, auf meinen Spieler geschossen. Mann, auf die, auf die, die. Er hat voll auf Mann, auf die, die geschossen. 13 Minuten lang geht der Video schon. Das ist eigentlich der letzte Match vom Video. Nächstes Video machen wir auch zwei. Der kommt nachher. Vielleicht. Boom. Boom. Meine Mutter arbeitet den ganzen Tag. Ich bin wieder alleine zu Hause. kein Januar und kein Rodin. Ich war ein Video vor einem Tag, wo ich in der Pro Soccer Video gemacht habe. Ja. Huh? Ups. Er ist verletzt. Ich schaue schnell die Highlights wieder an. Okay, okay, Nein. Oh nein. Ich darf nur 15 Minuten, erst schon. 15 Minuten und drei. Bis zum nächsten Mal. Ich bin glaube ich,